Hi ihr Lieben, hier ist der Sven aus der Audio Lodge. Ich will euch heute ein kleines Plugin vorstellen, das euch riesen Möglichkeiten bietet. Für alle Leute, die Bock auf Stereo-Mikrofonierung haben, das ist der Moment. Hier gibt es was völlig Neues. Und zwar geht es um das Plugin Stereo Creator der Firma Austrian Audio. Das ist ein kleines Plugin, das hat eine Riesenwirkung. Austrian Audio ist so freundlich und stellt es umsonst zur Verfügung auf der Webseite. Ich zeige euch das mal schnell. Da geht ihr einfach hier hin, klickt da drauf und da könnt ihr es runterladen. Installiert das Ganze in eurer DAW und schon kann es losgehen. Zwei Sachen müsst ihr noch wissen. Zum einen, es geht nur mit Mikrofonen, wie zum Beispiel den OC818 der Firma Austrian Audio, die eine umschaltbare Richtcharakteristik haben, also eine Doppelmembran. Eine umschaltbare Richtcharakteristik setzt diese Doppelmembran voraus. Ihr habt quasi zwei einzelne Mikrofonmembranen montiert auf eine gemeinsame Backplate. Und das Besondere an diesen paar wenigen Herstellern, die sowas bauen, ist, ihr könnt die Membran ganz normal hier vorne oder hier unten über den ganz normalen XLR Stecker abnehmen. Aber ihr habt auf der Rückseite unter diesem kleinen Gummifropfen hier noch die Möglichkeit ein zweites Mini-XLR Kabel anzuschließen. Und mit diesem Mini-XLR Kabel nehmt ihr dann die hintere Membran auf. Was ihr damit macht, ist, wenn ihr beide Membranen aufnehmt, ihr umgeht diesen üblichen und seit 50, 60 Jahren vorhandenen Schalter der Richtcharakteristik und sagt dem Mikrofon nicht mehr vorher, nehmt Niere, Kugel oder Acht auf, sondern ihr nehmt beide Membranen so auf, wie sie das Signal wirklich hören und habt später die Möglichkeit, in der DAW die beiden Signale wieder miteinander zu verrechnen. Also das, was dieser Schalter eigentlich vor der Aufnahme machen würde, könnt ihr mit diesem Doppelmembran-Trick später dann in der DAW machen. Austrian Audio nutzt diese Möglichkeiten, hat dazu drei verschiedene Plugins rausgebracht. Eins davon ist der Stereo Creator, was wir uns jetzt gleich angucken werden. Ein anderes ist ein Polar Designer. Dafür gibt es noch ein weiteres Video von uns. So, wie baut ihr das Ganze auf? Es ist relativ einfach. Ihr müsst sowas wie eine Bloomline-Konfiguration bauen. Wem das nichts sagt, das ist eigentlich einfach nur zwei Mikrofone in einem 90-Grad-Winkel geickst. Also normalerweise würde ich jetzt Austrian Audios nehmen, aber ich habe leider nur zwei und mit dem einen nehme ich gerade die Stimme auf. Deswegen, ihr habt quasi ein Mikrofon. Mal gucken, ob es scharf wird. Ein Mikrofon steht so. Dann habt ihr einmal die Front und einmal Back. Und das zweite Mikrofon setzt ihr im 90-Grad-Winkel hier oben drauf. Verflixt der Fokus noch einmal. So, noch ein kleiner Tipp. Es ist ein bisschen fummelig. Es gibt noch keine richtig coole Stereo-Halterung dafür. Ich würde die ganzen Kabel anbringen, bevor ihr das Teil wirklich aufs Mikrofon, auf den Stereo-Halter drauf montiert. Weil wenn ihr das dann nachmacht, dann verrutscht euch immer wieder dieses X und ihr müsst wirklich schauen, dass er in diesen 90-Grad-Winkeln bleibt. Okay, jetzt springen wir in die DAW und ich erzähle euch, wie ihr das Projekt einrichtet und wie ihr auch dieses Plugin einrichtet. Ich habe in meinem Projekt hier schon mal vier Monospuren vorbereitet, die ich AA für Austrian Audio 1, 2, 3 und 4 genannt habe. Unten links, unten rechts, oben Front und oben Back. Das sind ganz normale Mono-Audio-Spuren. Ich würde jetzt hier per Rechtsklick eine Gruppenspur hinzufügen. Und zwar wähle ich vorher mit Shift und Rechtsklick alle vier Austrian Audio-Spuren aus. Sage ihm Gruppenspur, Gruppenkanal zu den ausgewählten Kanälen hinzufügen. Und dann erscheint dieses Pop-Up-Window. In dem Pop-Up-Window seht ihr erstmal Konfiguration Stereo. Und ganz wichtig ist, dass ihr hier umschaltet. Wenn ihr das nicht seht, ihr müsst auf Quadro umschalten. Das ist in so einem Dropdown-Menü hier Quadro. Und dann fügt ihr jetzt zu diesen vier Kanälen eine Gruppenspur hinzu mit vier Eingängen. In diese Gruppenspur packt ihr euch jetzt den Stereo Creator. So. Und jetzt könnt ihr sehen, ihr habt hier eins, zwei, drei und vier. Left, right, Front und Back. Genauso wie es in einem Creator aussieht, ist es hier benannt. Und jetzt könnt ihr folgendes machen. Ihr schaut in euren Panner und dann habt ihr hier den Kanal unten links. Eins, den zieht ihr nach links, den Kanal zieht ihr nach rechts, den Kanal zieht ihr nach links unten und den Kanal nach rechts unten. Und wenn ihr jetzt hier auf Solo drückt, für den ersten Kanal, sollte hier in links der erste Kanal erscheinen. Richtig. 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 Okay, werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf die Bedienoberfläche des Stereo Creators. Ihr seht drei Regler auf der rechten Oberseite und links, ziemlich in der Mitte, seht ihr ein Dropdown-Menü. Da steht True MS. Wenn ihr dieses Dropdown-Menü mal anklickt, seht ihr, da sind oben zwei Funktionen ausgegraut. Diese beiden Funktionen, die Pseudo Midside und Pseudo Stereo heißen, die könnt ihr benutzen, wenn ihr nur ein Mikrofon benutzt. Also sobald ihr nur zwei Mikrofonkanäle, also den vorderen und den hinteren Kanal von einem Mikrofon anschließt, merkt das Plugin, hey, ich muss jetzt in diese Pseudo-Funktion gehen. Also das rechnet dann aus der vorderen und hinteren Membran eben so eine Art Pseudo Stereo. Wir haben jetzt vier Membranen angeschlossen von zwei Mikrofonen, deswegen stehen uns die Funktionen True MS, True Stereo und Bloomline zur Verfügung. Seid ihr in Midside, habt ihr hier die beiden Gains. Ihr könnt mit diesen beiden Reglern die Lautstärke der Mitte verändern und die Lautstärke der Seite verändern. Und ihr habt noch die Möglichkeit, hier zwischen Kugel und eigentlich, es ist fast eine 8, es ist eine sehr breite Niere, könnt ihr stufenlos bestimmen, wie euer Mittensignal aussieht. Wir werden das nachher hören, ich werde während der Musik einfach mal da durchfahren. Hier gibt es jetzt einen Calculate Button. Je nachdem, wie ihr die Mitten und die Seiten zueinander verdreht, wird dieser Calculate Button bei laufender Musik euch verschiedene Werte hier angeben. Der macht nichts anderes, als die Ausgangslautstärken zwischen diesen einzelnen Stereo-Konfigurationen anzugleichen, so dass ihr später im Mix zwischen den einzelnen Signalen hin- und herschalten könnt und keine Lautstärkenunterschiede habt. Okay, das waren die drei Regler hier. In der Stereo-Konfiguration habt ihr einmal wieder die Möglichkeit, von den beiden Mikrofonen die Richtcharakteristik von extrem breiter Niere über fast schon Bloomline, also schon fast nach 8 hin- und herzuschieben. Und ihr habt mit diesem Regler auch noch die Möglichkeit, das sieht man vielleicht bei der 8 besser, den Winkel des Recordings zu verändern. Also fast Mono zu einem sehr, sehr breiten 150 Grad Winkel. Und Funktion Nummer drei, in der Bloomline-Konfiguration könnt ihr jetzt nicht allzu viel machen, das sind einfach zwei 90 Grad gekreuzte Achten. Aber was ihr hier machen könnt, solltet ihr bemerken, dass euer Artist zum Beispiel nicht direkt in der Mitte stand, ihr das Mikrofon ein bisschen verdreht habt, das passiert noch beim AEA manchmal und das ist extrem ärgerlich, dann könnt ihr mit diesem Rotationsregler 30 Grad nach rechts oder links das Stereo-Bild verdrehen. Jetzt springen wir einfach mal in den Mix rein von Helen und Christian und ich spiele mit diesen Funktionen rum. Dann könnt ihr hören, was da passiert und was man damit alles machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß, ich sage jetzt schon mal Tschüss, ich lasse einfach nachher ein bisschen den Song laufen und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like. Ich wünsche euch viel Spaß, danke fürs Zuschauen, macht's gut, euer Sven aus der Audio Lodge. Ciao! Euer Sven aus der Audio Lodge Euer Sven aus der Audio Lodge So if you've been getting my missed calls They may not come by way of your telephone I'll find a way to get to you Thought of you out driving from L.A. You haven't crossed my mind since Christmas Day There's a message on your neon screen There's a message on your neon screen My favorite song I find a way to get to you I find a way to get to you Will we still be able to communicate Will we still be able to communicate When you close your eyes when you close your eyes When you close your eyes I'll come to you in dreams When I get through I'll get to you in dreams When I get through I get to you I'll find a way to get to you I'll get through I'll get through I'll get to you in dreams